hallo ihr lieben da draußen herzlich willkommen heute hier bei ls 22 neighbors freue mich natürlich dass ihr wieder mit eingeschaltet habt und der liebe nicolas sitzt hier neben mir immer noch im traktor moin grüße so wir sind jetzt gerade mal auf dem weg hin zu dem werkstatt ist es glaube ich auch ja ich weiß nicht das steht da schon ziemlich lange leer habe ich das gefühl habe ich alles gefühlt nur gucken jetzt mal sehen ob dort jemand ist das war doch jetzt hier vor und dann links ja das ist doch jetzt gleich links links und gleich wieder links wo die traktur genau na gut hier schreibt aber jemand so dass ja so scheint schon mal nicht frei zu sein nach dem schaden riesen immer jetzt lieben das feld hat bezahle ich nicht ich bin doch selber schuld wird erwarten können wir schon die blockade aber als erwarten können du denkst du das geld wartet auch bis es weniger oder mehr wird ja alles die klimaaktivisten die klimakleber voraus genau musst du ja gucken wo du rein so gut verstanden langsam wirst du mir ein bisschen unsympathisch hier pass mal auf versorgt dass ich nicht meine faust gleich auspacke hier pass mal auf freunde durch sonne mal ganz kurz hergehört weiß jemand irgendjemand schraubt hier drinnen sorgte mir der rohbär wisst ihr eigentlich ob das hier irgendwie jemanden noch gehört oder ob das jemand privat noch schraubt hier steht ja ziemlich viel zeugs drum ich gehe mal davon aus dass es noch jemand gehört aber ich habe hier auch seit seit ewigkeiten niemanden nachgesehen ich weiß ich weiß ja nicht ob das hier irgendwie zu einer gemeinschaft gehört oder so ey stefan ja achso du meinst ob das hier oder was ich muss ja dort zum auto ja äh nikolas du meinst du meinst jetzt hier ob das eine freie ist wo jeder sich einmieten kann ach keine ahnung im schlimmsten fall sonst einfach nehm ich halt nen kredit auf oder so und baue mir da was neues ja ja was ist denn stefan ich bin schon den kanister ja was ist denn da äh mit's doch was spezialmisch ah ist mir klar haben wir überhaupt nichts gefunden haben wir beim jahr äh beim ostkörbe kühlschrank gefunden ach krass ihr wisst aber schön es ist noch nicht nur beim 12 also nein aber geht schon ja wir sind am haus ausräumen weil das abgerissen wird das wird abgerissen ja warum ist das abgerissen weil der hof jetzt um uns gehört ach seh ja wir bauen ja unseren kuhstall drauf ach seh ja näher ist klar und wir vergrößern dann unsere feldfläche wo baut denn hier ja der ehemalige hof vom ostkörbe da da reißen die große halle weg und da machen wir unseren kuhstall hin ach ok ja schön ja krass krass steigt ihr dann auch in das geristen lager ein oder nicht wir sind schon seit anfang an im geristen lager drin also ja schön ja verlieren wir dann den überleg das ist ja natürlich eine gute geschichte weil da habt ihr dann haben wir ja dann wirklich genug kühle dann wirds ja gut naja gut naja gut komm mal mit ich muss dir was zeigen ich hab was hier aufgeführt komm mal mit ich hab schon gesehen wo du stehst ich hab was gefunden jetzt gedacht wo ist denn hier überhaupt jemand hier bohrt und schraubt ja hier waren Franzosen die Schacht gespielt haben ach du meine Güte aber das sieht schon ein bisschen verschimmelt aus ich geh 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 aber ganz ehrlich hier ist doch keine sau wo tust du hier schrauben ja ist doch niemand da das ist bestimmt hier irgend so ein perfekter oder so vielleicht ist das hier verschwuckt oder so da kommt es mir vor ja so keine sau ich glaub wir bauen einen keller und ich glaub die von kann sein kann sein kann sein kann sein komm mal ran hier wieder hin hier hinter dir ja ich glaub die von drüben waren da weil guck mal hier die haben die komplette Kabine ausgeräumt hier ist nur da klingelte Telefon also ich verstehe das ich verstehe das ja alles nisserisch also das wird mir ein bisschen so kriminell hier ja die frau ist hm und weißt du was mir schon mal gar nicht passt ne was eh was die hier für Ölfässer haben das passt mir schon mal gar nicht ne ja schon dir so gut ne ist der doch schöner ne ich find schon dir so gut ne gut ähm und allein schon dieser Trecker der hier drin steht da könnte ich auch schon wieder das blanke kotzen kriegen man muss sagen so auf Nikolas ist alles gut ne man muss immer sagen Herr Hermann die sind alle manchmal ein kleines bissl verrückt ach da gewöhnt man sich dran ja definitiv deswegen ist das euer Witz durch das die Luft aus dem Reifen oh das war zu viel so okay alles gut also Jungs und Mädels macht's immer gut eh achso wartet mal ja wart ihr bei der Kohli drüben ja ist da alles gut oder was ja gut perfekt ich danke euch sehr tschüss 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 tschüssi macht's gut Nikolas was wir machen könnten wir könnten uns eigentlich einmal unsere Oldtimer schnappen und mal über die Map fahren äh über Witzdorf fahren später soll ich mal ein Famal auspacken könnten wir eigentlich mal machen he wir sind so eine kleine Oldtimer ausfahrt ja ja klar doch mal was also der 14,55 ist ja der ist ja der ist ja noch nicht so alt ja ich glaub der ist aus der 80er oder so Deiner oder was meinst du jetzt? ja meiner meiner ja ja genau mein Zähler da ist schon bisschen älter ja ich will mal noch kennst du hier Büro mhm ich will mal noch so ein Büro äh ranholen mal sehen ob ich den euch noch geschossen krieg da ist nämlich gar nicht schlecht aber ich hab jetzt letztens mit einem auf Ebay Kleinanzeigen geschrieben da äh könnte was werden also ist aber ist aber eine ganz andere Marke das ist eine bayerische Marke mit Büro oder was? ne ne äh äh kennste Eicher Eicher kenn ich ja das sind auch geile Maschinen was ist das für den morgen? österreich? ne bayern bayern ja aus welcher region kommt die Eicher überhaupt? wech gar nicht Borstern heisst das ok ok hab ich noch nie gehört oberbayern oder so glaube ich ich sehe gerade das hä? das das Gewicht ist ganz schön straff hier vorne glaube ich für das kleine Ding wie Kilo ist denn das? oh ich weiss gleich gar nicht steht da ja eine Strupp das müsste äh das ist ein tausender glaube ich oh eine Tonne meine Güte das war auch nicht so gesund für die Achse naja aber ich hatte ja hier das Ding hinten dran hier naja also den Strichel da ist ganz schön schwer sorgte weil da ist auch noch Saatgut hinten drinnen naja sonst brauchst du halt einen etwas größeren Trecker ne ja aber die haben noch keine keine Pflegebereifung aber siehste das der 14,50 der ist größer als der New Holland kann sein das könnte nicht schon sein ja ja wohl von der Breite her weiß ich nicht ne von der Breite her ich habe ja auch breitreifen glaube ich drauf ja ja ich muss meine Ami drauf machen aber ich müsste halt jetzt hier äh aufs angesehnte weißt du mhm ist nicht mehr so man kann sagen aber ich sag mal so das echt das geile an der XL Kabine von IAC du hast ja hier diese Ausstellscheiben vorne ja die kannst du aufklappen ja also die klappst du quasi so wie eine Tür auf ja und dann hast du quasi die Luft die von vorne durch geht und wenn du dann deine Heckscheibe hier aufmachst hast du einmal so einen Durchgang also die Luft zieht dann da schön durch ja und das also eine natürliche eine physikalische oder ne Quatsch eine mechanische Klimaanlage sozusagen ja das kannst du sagen ja das kannst du sagen gell naja das ist was saust du dir eigentlich zu dem Wetter 25 Grad es ist ganz schön heftig ja ich merke es gerade der Pullover das war ein Fehler als ich ihn dann gezogen habe ja ne deswegen habe ich mich auch ein kleines bissl ich habe mal hier auch mal ich habe auch nämlich mal die dort geholt von aber hast du was dagegen wenn ich das kurz ausziehe aber ich habe nichts da drunter an ähm na ok ne lass mal lieber ok ja ich denke wenn das jemand sieht wird es komisch ja ne pass mal auf ich mache jetzt immer noch ein bissl was und dann könnten wir uns ja vielleicht mal so na sagen wir mit 13.30 Uhr und machen mal ne kleine ne kleine Oldtimer ausfahrt was denkst du wir suchen wir die alle mal wo trefft wir uns bei dir ok ja dann machen wir das machen wir 14 Uhr ja alles klar dann machen wir das mal so aber du ähm ja demnächst steht Maisernte bei mir an äh hättest du Bock mir zu helfen mache ich natürlich äh ich brauche ja Abfahrer und so da muss ach da du scheiße da muss ich mir ja noch Equipment kaufen fürs Silo ach ne pass mal auf ähm da könnten wir lass uns doch da gleich mal unsere Rundfahrt so ein kleines bissl vertiefen in Sachen ähm äh hier äh die anderen Fragen ob die Zeit haben ja so viele äh Leute brauche ich ja jetzt nicht also einer reicht eigentlich weil das sind ja bloß nur zwei Felder und die sind jetzt auch nicht so groß ja wenn es wenn es zwei Abfahrer wären wäre schon gut weil dann läuft es ja durch weißt du ja und äh ich sag mal so du hast ja kurze Fahrwege weil die ja eigentlich an meinem Hof sind oder oder ein Abfahrer und einer der auf Silo geht und gleich schiebt ja ich weiß ja nicht wie viel da runter kommt aber ja mal gucken ich werde da mal jetzt demnächst beim Händler mal hingehen und mal äh ihren äh Schieberschild und so oder dann ja äh äh dann habe ich wenigstens eine autarke Futterversorgung ja das stimmt das stimmt na gut apropos Futter dann muss ich jetzt Adler erstmal noch was tun ja meine Schweinchenfutter ach jetzt ja dann muss ich auch noch den Landhandel jetzt gleich anrufen ah den hätte ich ja fragen können von aber habe ich vergessen ja entweder rufen sie an oder wir fahren dann vorbei mit unseren Ultimers äh ich rufe sie am besten jetzt gleich direkt an genau rufen wir an gut alles klar äh Nikolas dann bin ich mit 14 Uhr bei dir hast du in der Dreh jawoll alles klar machs gut so dann machen wir eine schöne Ultima Ausfahrt das freut mich natürlich sehr Björn mein Lieber also wie gesagt nochmal ne äh wenn wir hier im RP Gespräch sind ähm es tut mir wirklich irgendwie echt leid wenn wir da so wenn ich da überhaupt nicht mal irgendwie antworten kann oder so das ist ein bisschen schade ähm und deswegen ich will dir jetzt auch gerade nicht als Manfred Obst äh Hallo sagen und so deswegen äh mal mit normaler Stimme soaa gut aber wie gesagt ich freue mich immer wenn ihr da seid und ähm hab auch immer echt Bock muss ich wirklich zugeben ich hab immer richtig viel Bock drauf ähm sooo meine lieben Freunde der Nacht da legen wir das ganze Ding mal hier ab so machen wir vorne mit den Polzen raus und so so da vorne nehme ich gleich mal hier ein bisschen Schweinchenfutter rein in die ganze Geschichte so so Bolzen rein Bolzen rein so 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 dann nehmen wir uns das mal hier das ist lieb von dir danke dir so so und das anschließen in das hier und das hier und zack so gut perfekt 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 Gut, dann wollen wir mal ein bisschen Foto hier reinzeln.